Servus, hier bin der Johannes, verantwortlich für den Bereich Safety bei Ortovox und heute möchte ich euch die Lawinenschaufel ProAlu vorstellen. Die ProAlu 3 ist der Hightech-Nachfolger der weltweit meistverkauftesten Lawinenschaufel. Die ProAlu ist mit allen Ortovox-Sicherheitsstandards ausgestattet und ist ein kompromissloses Werkzeug im Notfall. Das eloxierte Aluminiumblatt hat ein sattes Volumen von 2,7 Liter, ist aber gleichzeitig so gestaltet, dass es perfekt in jeden Tourenrucksack passt. Die Versickungen im Blatt verleihen dem Schaufelblatt eine höhere Steifigkeit. Die Schneide ist angeschärft und gleitet so durch jegliche Schneeart. Gleichzeitig sorgen die Trittrillen für sicheren Halt. Der Stiel ist teleskopierbar und bietet so eine ausgezeichnete Arbeitslänge. Der nutförmige Stielquerschnitt verleiht der Schaufel die nötige Stabilität. Den Griff kannst du links- oder rechtshänderspezifisch umstecken und gleichzeitig bietet er eine 90 Grad Räumfunktion. Hierbei bildet Griff und Blatt eine stabile Einheit. Die gummierte Griffzone kann als ergonomischer Zughebel verwendet werden. Die Räumfunktion gilt als effektivste Schaufelart im hinteren Bereich der Rettungskette, um möglichst viel Schnee wegzubefördern. Im Schaufelblatt befinden sich außerdem vier Bohrungen. Diese dienen zum Bau eines Rettungsschlitten. Somit dient die Schaufel nicht nur im Notfall zum Freilegen einer verschütteten Person, sondern kann auch zum Abtransport eines Patienten umfunktioniert werden. Weltweit einzigartig ist die Kombination unseres Pocket Spikes mit unserer Lawinenschaufel Pro Alu 3. Er besteht aus zwei Teilen, der bissigen Schmiedehaue und dem Stieldorn, der anstelle des Schaufelplattes aufgesetzt wird. Der Pocket Spikes ist der ideale Partner auf Touren, wo man sich auf den letzten Metern bis zum Gipfel noch zusätzliche Unterstützung wünscht.